Ich zeige euch mal eben die Bikinis so und dann ziehe ich die an. Jetzt einmal das hier mit so einem floralen Muster, aber ich glaube, man kann es auch auf der anderen Seite anziehen. Ich finde das auch sehr schön geschnitten. Ich hoffe, das ist nicht zu offen vorne. Bin mal gespannt. Also hier oben rum, aber trotzdem. Es hält alles. Hier kann man das enger schnüren. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Unten das Höschen finde ich auch schön. Vom Schnitt her das meine ich. Also entweder mag ich so den normalen Schnitt. Das ist ja der normale Schnitt. Oder ich mag es, wenn das so ein bisschen dünner geschnitten ist. Und ich habe alles in XXL bestellt diesmal. In XXL finde ich passt sehr gut. Letztens habe ich die ein bisschen zu groß bestellt, in 2XXL. Eine richtig schöne Farbe. Das ist so... Was ist das für eine Farbe? So ein braun, lila-braun. Wie nennt sich die Farbe? Weiß ich nicht. Das Höschen ist auch schön geschnitten. Ich hoffe, es ist nicht zu groß. Ich habe das diesmal in XXL bestellt. Letztes Mal war das ja in 2XL. Bin mal gespannt, ob das passt. Das sieht nämlich auch groß aus, das Höschen. Den finde ich auch nicht schlecht. Den finde ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Oder was sagt ihr? Ich weiß nicht. Hier unten das Höschen vielleicht ein bisschen... Ja, das hängt mit dem Schnitt zusammen, ne? Also ich mag das, wenn die entweder so kurz geschnitten sind oder ganz normal. Und hier finde ich das... Hier vorne ist das nicht so schön. So, dann haben wir dieses weiße. Das hat hier so Röschen an den Trägern. Hinten zum Zubinden. Und hier auch Röschen links und rechts. Ja. Meine Brüste könnten ein bisschen kleiner sein für diesen Bikini. Und untenrum schaut es so aus. Ja, finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Ja, kann man auch machen. Aber ist jetzt nicht mein Favorit. Aber ich finde es schön. Dann haben wir das hier. Was hier oben so überkreuzt ist, finde ich auch sehr schön. Das ist keine Träger. Nee, es ist hinten. Es ist so. Und das ist trägerlos. Nee, ich habe es falsch rum. Moment, sorry. Ich habe es falsch rum. Es ist nicht trägerlos. Hier sind die Träger. So, so sieht es aus. Und hier an den Seiten ist es so offen. Da ist so ein, ja, viel größer das Höschen. Ich bin mal gespannt, ob mir das passt. Das sieht alles so groß aus, die Höschen. Und, ja, hier unten kann man das dann so zurecht binden. Weil das ist alles eins hier mit denen, wie man das haben möchte. Also das finde ich schön. Das gefällt mir. Oder was sagt ihr? Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, dass das so hoch ist. Also ich finde die Farben sehr, sehr schön. Also das finde ich schön. Ich dachte, es hat was. Oder was sagt ihr? Ja, dann habe ich einmal diese schwarze. Also ich finde diesen Schnitt viel schöner von den Höschen anstatt diesen Schnitt. Weil es hier eigentlich auch so den Bauch kaschiert. Aber, ja, ich weiß nicht, so in der Schwangerschaft, da habe ich das, da wollte ich das, dass es den Bauch kaschiert. Aber jetzt finde ich das so schöner. Das ist hier so gestickt. So sieht das Oberteil aus. Und dann haben wir noch das. Das finde ich auch sehr, sehr schön von der Farbe her. Und hier an den Seiten so ein bisschen frei. Ja. Die haben auch sehr gute Bikinis für größere Größen. Also wenn ihr ein bisschen molliger seid, dann guckt mal auf der Seite. So, guckt mal. Dann habe ich hier das schwarze. Das finde ich richtig schön. Nehmt das Ding auf, ja. Seht ihr das? Also das finde ich schön. Das finde ich schön. Das gefällt mir. Auch vom Höschen her. Ich kann eigentlich so weit gucken. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Ja. Das finde ich sitzt sehr gut. Ja. Das finde ich schön. Also. Das schaut so aus. Hinten habe ich irgendwas falsch. Hinten ist es so überkreuz. Hier kann man auch eine Schleife machen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Aber ich finde diese Art Höschen. Weiß ich nicht. Die sind nicht so meins. Das obenrum finde ich schön. Das unten. Hm. Ich weiß nicht. Es ist ganz cool. Es kaschiert, ne. Wie ihr seht. Aber ich finde diese normale Art Höschen doch besser. Aber wenn man so ein bisschen molliger ist. Also finde ich das ganz schön. Ja. Ja. Guten Morgen meine Lieben. Heute ist Samstag. Und ich bin jetzt gerade aufgestanden. Wir haben halb 10. Ich bin richtig müde. Denn ich habe bis halb 6 nicht geschlafen. Also ich war die ganze Nacht wach. Wir hatten auch gestern Vollmond. Ich glaube das war der Auslöser. Ich habe mich nur hin und her gewählt. Ja. Dementsprechend bin ich jetzt wirklich müde. Was habe ich gemacht? Ich war viel am PC. Ich habe viel Schriftkram gemacht. Sachen die ich am Montag zum Beispiel alles erledigen muss. Habe ich hier oben auf der Küchenplatte bereitgestellt. Muss ein paar Anrufe tätigen und so weiter. Aber ich habe schon sehr sehr vieles erledigt heute Nacht. Es hat auch die ganze Nacht geregnet bis heute Morgen. Jetzt ist die Sonne rausgekommen. Aber mal gucken. Es soll ja nicht so schön werden die Tage. Ja. Ich habe sehr viel Shitstorm bekommen unter dem Lippenaufspritzen und Wangenaufbau Video. Die negativen Kommentare sind gleich den positiven Kommentaren. Ich meine. Ich habe Verständnis dafür. Es muss nicht jedem gefallen. Aber manche denken, dieses Ergebnis, was die da sehen nach 2-3 Tagen, das wäre das Endergebnis. Und es sah ja alles sehr aufgequollen aus. Und ich erzähle das ja noch im Video, dass es nicht das Endergebnis ist. Nur ich kann ja kein 30 oder 40 Minuten langes Video hochladen. Weil das ja dann im nächsten Vlog kommt. Aber die Tage danach, nach einem Eingriff, sieht man halt so aus. Das ist normal, das ist genauso, wenn man sich operieren lässt irgendwo. Die Haut ist da, bzw. die Stelle ist angeschwollen. Da wurde was gemacht. Und so war es auch in meinem Gesicht. Und ihr seht, heute ist, wie gesagt, Samstag. Letzten Samstag war sozusagen der Eingriff. Was seht ihr? Normalität in meinem Gesicht. Wie gesagt, ich wollte mich jetzt nicht damit verunstalten oder mich irgendwie hässliger damit machen. Ich finde es auch nicht. Also ich bin jetzt gerade umgeschwingt. Und ich finde nicht, dass da irgendwas unästhetisch aussieht. Und gut, meine langen Wimpern sehen sehr unecht aus. Aber ich meine jetzt nicht die Wimpern. Die Wimpern kann man abmachen. Ich meine das Hyaluron, was in den Wangen ist und in den Lippen. Dann hatte ich Kommentare. Früher war ich so natürlich und manche finden es nicht schön, dass ich auf den Zug dieses Schönheitswarns drauf gestiegen bin, wie andere Influencer. Ich finde, das hat damit gar nichts zu tun. Ich springe auf gar keinem Zug. Ich hatte schon immer meinen eigenen Kopf und wenn mir etwas gefällt, mache ich das. Das war schon immer so. Ich hatte auch schon wirklich jede Haarfarbe durch. Ich hatte auch schon grüne Haare. Aber ich habe Bock auf eine Haarverlängerung. Ich mache mir eine Haarverlängerung. Ich habe Lust, dass meine Lippen etwas dicker sind. Ich habe nämlich ein Foto gefunden, beziehungsweise das erste Video von meiner ersten Lippenunterspritzung. Ich verlinke euch das hier nochmal. Guckt da mal rein, beziehungsweise in die Infobox, ich weiß nicht, oder in die Infobox, wie dünn meine Lippen damals waren. Und ich war einfach sehr, sehr unzufrieden mit meinen Lippen. Jemand hat geschrieben, ähm, ja, Außenstehende finden einen zum Beispiel hübsch oder sagen, hey, du musst gar nichts an dir machen, es ist alles super. Ähm, aber man selber ist manchmal unzufrieden mit manchen Dingen. Manche sind mit ihren Brüsten unzufrieden. Ich bin mit meinen Brüsten zum Beispiel auch unzufrieden. Wenn ich sie auspacke, hängen sie nach der Schwangerschaft. Und hätte mir jemand von vornherein gesagt, dass mein Kind nicht stillt, beziehungsweise nicht von der Brust trinkt sozusagen, dann hätte ich mir das Ganze erspart und hätte, äh, ich glaube man nimmt dann Tabletten und dann wird der Milchfluss gestoppt und dann hätte ich keine Hängetitten. Versteht ihr, was ich meine? Aber was macht man nicht alles fürs Kind? Ähm, jemand ist dick, er nimmt ab. Manche sehen einen aber nicht als dick an. Ich sah meine Lippen als sehr dünn an und ich finde sie jetzt schön. Und mit meinem Gesicht das, ich fand mein Gesicht sehr rund, ich wollte das ausprobieren. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, das werde ich nicht nochmal machen, weil, ähm, ich sehe da jetzt überhaupt keinen Unterschied und ich bin jetzt auch kein Mensch, der sich Botox spritzen lässt oder so ein Fadenlifting machen würde. Das ist einfach nicht meins. Also, ich kenne für mich meine Grenzen. Jeder Mensch kennt für sich seine Grenzen. Viele, die auf Natürlichkeit stehen, denen ist das hier schon zu viel. Und das verstehe ich und das respektiere ich. Ich finde es nur schade, wenn man nicht richtig zuhört und sich mit der Materie nicht auskennt und direkt danach sagt, es sieht furchtbar aus oder es sieht schrecklich aus. Weil ich finde nicht, dass es heute, wie gesagt, ich bin ungeschminkt, ich finde nicht, dass es unästhetisch aussieht oder dass es furchtbar aussieht. Das ist meine Meinung und ich würde mich auch auf eure Meinung freuen, in den Kommentaren zu lesen, wie ihr es heute zum Beispiel findet. Ne? Ähm, wie gesagt, ich kenne meine Grenzen, ich werde mich nicht verunstalten. Es war halt alles sehr angeschwollen und angequollen und dann denkt man sich, oh je, das sieht ja so furchtbar aus. Ja, das ist normal. Auch wenn man von der OP kommt, sieht man so aus. Aber, ja, manche Menschen verstehen das nicht, obwohl man das im Video auch erwähnt. Gut, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war noch nie ein Kind der absoluten Natürlichkeit. War ich wirklich noch nie. Ich habe auch schon mit 12, 13 farbige Kontaktlinsen getragen und alles, was man machen konnte. Ich hatte eine riesen Dauerwelle. Ähm, ich hatte blonde Strähnen drin mit einer Mega-Dauerwelle. Ich wurde in der Schule Hulaher-Barbie genannt. Ich war schon immer ein sehr extrovertiertes Kind. Ich war schon immer ein Kind, das auffallen wollte. Ich habe mit 16 angefangen zu singen. Ich stand auf der Bühne. Ich bin ein Mensch, der gesehen werden möchte. Ähm, das ist nichts Schlimmes. Ich bin auch nicht eingebildet oder egoistisch oder was weiß ich. Das ist einfach mein Charakter. Ja, so bin ich. Ich glaube wirklich, ich habe hier oben eine Pigmentstörung und hier, ja, da muss ich mal gucken. Ich muss das abschminken. Ähm, ja. Und mein Gesicht. Also ich sehe da jetzt keinen riesengroßen Unterschied. Ich sehe schon, dass es ein bisschen flacher abfällt. Ähm, und viele haben gesagt, es sieht jetzt noch runder aus als vorher. Ja, nochmal. Es war aufgequollen. Es war auch, es war dick, es war angeschwollen. Es wurde da reingespritzt mit einer Spritze. Es ist doch klar, dass das alles noch dicker wird. Ja, und heute seht ihr, dass es nicht mehr so ist. Was sagt ihr heute dazu? Das würde mich interessieren. Aber mein Magen knurrt ganz arg. Ja. Ich werde jetzt Frühstück machen für Alexandra und mich. Alexandra ist dieses Wochenende bei mir. Ich freue mich. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Leider haben wir nicht so viel Glück mit dem Wetter. Ähm, ich gucke mal, ob das Explorado Kindermuseum in Duisburg schon auf hat. Aber ich glaube noch nicht. Aber ich werde mich trotzdem mal erkundigen. Und dann gucken wir mal, wie wir dieses Wochenende verbringen. So. Ich habe ganz vergessen, dass ich ja diesen Kontaktgrill gekauft habe. Und jetzt werde ich die Toast heute mal da drinnen machen. Jetzt muss ich erst mal meine Schildfriesentablette nehmen. Und heute muss ich auch mal Haare waschen. Im Sommer ist die Haarverlängerung nicht so gut. Da schwitzt man richtig beim Schlafen am Hinterkopf. Und das nervt mich. Ähm, ach und ich habe vorhin ein Video geguckt. Ein Bekannter von mir, der Patrick, Rohvegan am Limit, ist, ähm, Chemiker und YouTuber. Und, ähm, bei ihm wurden zum Beispiel Videos gelöscht. Ähm, er wird mundtot gemacht. Weil, ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, es kann auch sein, dass ich jetzt falsch liege, darf, ähm, hochdosiertes Vitamin D nicht mehr vertrieben werden. Und generell hochdosierte Vitamine werden nicht mehr vertrieben. Also, da hängt sehr viel dahinter von der Pharmaindustrie momentan. Ähm, mit diesem, mit dieser Corona-Ablenkung oder Corona-Taktik. Ähm, und achtet mal in der nächsten Zeit drauf, wenn ihr Vitamine zu euch nehmt, ähm, die werden weniger dosiert sein, also niedriger dosiert sein. Ja, ich denke mir mal, wir sind einfach zu viele Menschen und ein paar sollen nicht mehr da sein. Aber, ähm, ja, so wird das sein. Also, hochdosierte Vitamine oder Vitamin D wird wahrscheinlich nicht mehr so zu haben sein. Es ist genauso wie mit den Schilddrösentabletten. Also, von meiner Firma, die ich, wo ich die immer genommen habe, gibt es die auf einmal nicht mehr. Die sagen, es gibt Lieferungsschwierigkeiten, aber wer weiß, was alles dahinter steckt, ne? Keine Ahnung. Hm. Und wir spielen da einfach mit. Was willst du denn auch sonst machen? Wenn die uns sagen, tragt eine Maske, ist mal eine Maske tragen. Wir können uns hier nicht wehren. Jeder, der den Mund aufmacht, der wird mundtot gemacht. Aber, ich sag ja, Patrick hat auch ein bisschen was dazu gesagt und ich glaube zu dem Spahn, ich weiß nicht mehr, welches Video, und dann wurde das rausgenommen, weil er ist immer ein Mensch. Er recherchiert richtig die Fakten und unterlegt alles mit Fakten in den Videos. Und ja, das passt manchen Menschen nicht. Ich verlinke seinen Kanal mal unten in die Infobox. Da könnt ihr mal sehen, was so einiges dahinter steckt. Weil er macht wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Auch mit den Recher... 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 Recherchen? Recher... Ich kann das Wort nicht aussprechen. Recherchieren. So. Ich habe jetzt kurz nicht aufgepasst. Jetzt ist das der Käse ausgelaufen. So, aber das sieht doch mal lecker aus, ne? So, dann zeige ich euch mal eben noch schnell die Aufgebrauchtsachen. Ich habe einmal von Isana blau-schwarz geholt. Da habe ich mir die Haare mitgefärbt. Jo, fand ich ganz gut. Dann einmal Sacrotan aufgebraucht. Einmal hier die All-in-One-Pots von Arielle. Könnt ihr mir welche empfehlen, die vielleicht besser riechen? Weil die... Ich habe noch eine Packung, die sind bald alle. Und dann wollte ich mir gerne mal neue holen. Oder ein Waschmittel, was gut riecht. Weil die, glaube ich, werde ich nicht nochmal nachkaufen. Alexander hat so einen Kinderbadespaß von TTZ aufgebraucht. Badeperlen-Weltraumheld. Dann Badeperlen von Saubär. Badesalz warm, warm and cozy. Pflaume und Vanille von Balea. Die mag ich immer sehr, sehr gerne. Die hole ich ab und zu. Von Isana Badebuder Milchtraum mit Kokosöl. Dann habe ich von wahre Schätze die sanfte Hafermilch aufgebrauchte Shampoo. Was haben wir hier noch? Gerade in Benutzung von Paco Rubain. Das Empire mag ich sehr, sehr gerne. Das hatte mir ja meine Freundin Sarah zum Geburtstag geschenkt. Dann von Fructis das pflegende Banana Herford Shampoo aufgebracht. Auch sehr, sehr gut. Dann, naja, die Dinger, die immer so teuer sind. Warum fokussiert das gerade nicht? Also, keine Ahnung. Irgendwie. Jetzt. LifeSense Tag am Meer. Riecht auch sehr, sehr gut. Dann Alex... Ne. Für mich eine Zahncreme bleibt am Meer. Ich dachte, Alexandros. Dann von Sauberia Badefarbe... Äh, blaue Badefarbe aufgebraucht. Hat er alle auf einmal reingeschmissen. Was hatte ich denn hier? Ach, das waren die Wimpern. Die Magnetic Lashes. Von denen war ich total, ähm... Ja, enttäuscht. Die haben nicht gut gehalten. Die sind immer gerutscht. Also, werde ich auch nicht mehr kaufen. Ähm... Dann habe ich von Smile Secret das zweite, diesen zweiten, ähm, Stift aufgebraucht, den man, diesen Aufhellungsstift, was man auf die Zähne, äh, drauf macht. Und dann habe ich von, ähm... Sag schon. Von Juwelkerze, die Kerze aufgebraucht, magische Eisblume. Sieht voll schwarz aus oben. Ähm, da war dieses Kettchen hier drin, ne? Mit... Ne, das ist die gar nicht. Auf jeden Fall war da so ein, ähm... So ein Schneemann. Ein Schneemann drin. Genau, das waren meine Aufgebrauchtssachen. Let the old be dead. Let the shadows in my head. When the world is on your shoulders. And you feel like falling over. Just come a little closer. I'm there for you. I'm there for you. Cause when we are together.